Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch das inoffizielle Bridgerton-Ausmalbuch vorstellen. Eigentlich wollte ich nicht das, sondern dieses Bridgerton-Ausmalbuch sagen, denn es gibt mit Sicherheit noch mehr inoffizielle Ausmalbücher zum Thema Bridgerton. Dieses Jahr auf jeden Fall wurde illustriert von Sarah Richard und es wurde 2021 vom Christopherus Verlag in Deutschland verlegt. Ich habe es Mitte 2023 im Thalia für 12,99 Euro mitgenommen. Zumindest ist der Preis hier hinten drauf gedruckt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie viel es tatsächlich gekostet hat, ob da auch 12,99 Euro abkassiert wurden, denn mittlerweile gibt es das nur noch neu für 14,99 Euro zu kaufen, also für 2 Euro mehr. Gebraucht ist es natürlich günstiger, erhältlich. Mein Buch ist schon ein bisschen mitgenommen, ist auch schon relativ flexibel. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Hier vorne sieht man direkt auf dem Umschlag den Hinweis, dieses Buch ist inoffiziell und nicht autorisiert. Es ist nicht lizenziert, genehmigt oder bestätigt von Julia Quinn, ihren Verlegern oder Netflix Worldwide Entertainment. Das Buch enthält 45 Illustrationen oder Motive, die eben zur Welt rund um Bridgerton passen. Wer Bridgerton nicht kennt, ich erkläre es später noch, was das ist. Manche Motive basieren auf Szenen der Serie. Direkt die erste Seite ist zum Beispiel, es ist inspiriert vom Stadthaus der Bridgerton oder es gibt diese Szene hier mit Daphne und Simon in der Kunstausstellung. Dann gibt es noch Bilder, die eben einfach von der viktorianischen Zeit und der Serie inspiriert sind, wie zum Beispiel dieses hier oder diese hier. Über Essen, Accessoires, Gärtentiere und Menschen ist wirklich auch alles dabei. Grundsätzlich sind die Linien alle sehr dünn gehalten, nur bei manchen Motiven gibt es Linien, die sehr eng beieinander liegen, wodurch sie dicker aussehen. Es gibt auch Motive wie dieses hier. Da gibt es hier so gezackelte Linien. Ich dachte erst, es wäre ein Fehler, dass das Motiv womöglich ursprünglich kleiner war und durchs Skalieren die Linien verpixelt wurden. Allerdings habe ich inzwischen verstanden, dass diese Linien immer bei Stickereien auftreten. Also diese verwackelten Linien sollen wohl die Struktur oder das Material dann andeuten. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich hätte es ehrlich gesagt etwas schöner gefunden, wenn die Linien einfach gerade gewesen wären. Aber das war halt einfach die Idee der Illustratorin. Das möchte ich nicht weiter kommentieren. Auf manchen Seiten würde man von den Details regelrecht erschlagen. Es gibt aber auch Motive, bei denen man sich etwas mehr selbst einbringt und kreativ werden kann. Wenn es zum Beispiel keine Vorzeichnungen für das Tapetenmuster oder die Struktur im Boden gibt, kann man sich mehr austoben. Was für mich etwas gewöhnungsbedürftig war, ist, dass die Menschen keine Gesichter haben. Also keine Gesichtsdetails. Wobei ich gestehen muss, dass ich nicht sagen kann, ob ich es besser fände, wenn sie Gesichter hätten. Bin dann auch ein bisschen unentschlossen. Ich habe hier bisher zwar auch schon mal Gesichter koloriert. Ich bin mir aber bis heute unsicher, was ich mit den Gesichtern machen soll. Wie ich damit umgehen soll, dass die keine Augen, keine Münde haben. Ob ich jetzt selbst Augen und Mund einzeichnen soll oder ob ich einfach alles nur als Haut ausmalen soll oder Schatten für die Augenhöhle nacheinmalen soll. Also vielleicht habt ihr Ideen, wie ich die Gesichter ausmalen soll. Oder ihr habt dieses Ausmalbuch sogar zufällig auch und könnt mir sagen, was ihr mit den Gesichtern gemacht habt. Über ein paar Tipps in den Kommentaren würde ich mich sehr freuen. Ich bin da im Moment noch ein bisschen ratlos, was das Thema angeht. Für dieses Video habe ich mich dazu entschieden, diese Seite auszumalen. Ein nettes Picknick mit vielen verschiedenen Elementen und Pflanzen. Ja, freue mich schon drauf, dass es jetzt losgeht. Was ist Bridgerton? Ich versuche das mal ungeskriptet zu erklären. Mal gucken, wie spontan und richtig ich es dadurch rüberbringe. Und zwar ist Bridgerton eine Netflix-Serie, die auf einer Buchreihe basiert. So weit, so gut. Und zwar geht es dabei um den englischen Adel, die englische High Society. So im Anfang des 19. Jahrhunderts. Und eben darum, wie es auf dem Heiratsmarkt zugeht. So grob. Im Grunde ist es ein Gossip Girl, das um 1814, glaube ich, ist es, spielt. Oder kurz danach. Ihr müsst mal wissen, was Gossip Girl ist. Es gibt eine Erzählerin, die unbekannt ist, aber die die Verfasserin eines Drahtsplättchens ist, das unter den Adeligen immer verteilt wird, wo der ganze Klatsch und Gerüchte verbreitet werden und Skandale aufgedeckt werden. Es gibt viel Drama, aber es wird auch versucht, ein bisschen, ich nenne es mal, tiefgründig zu sein. Es geht auch ein bisschen um die Rechte der Frauen, dass Frauen keine Wahl haben, als sich einen Mann zu suchen. Es ist aber schon, finde ich, was für mich, was zum Abschalten. Es ist nicht wirklich was, was einen aufwühlt oder so. Es ist schon eher zur Unterhaltung gedacht, eben auch mit ein bisschen Sozialkritik. Es ist auch fiktiv. Die Charaktere sind fiktiv und das ist eigentlich auch nicht ganz historisch korrekt. Was es allerdings auch wieder dadurch interessanter macht, denn es gibt zum Beispiel eine dunkelhäutige Königin. Der Adel besteht nicht nur aus weißen Menschen. Ich sage es jetzt einfach, wie sie ist. Und das macht es einfach auch interessanter anzuschauen. Und das ist tatsächlich auch dann, um versucht, ein bisschen gesellschaftskritisch zu sein, was eben den Umgang in der Gesellschaft mit dunkelhäutigen Menschen angeht. Das Papier des Buchs ist etwas dicker. Genaue Grammatur kann ich natürlich nicht sagen, aber dicker als gewöhnliches Kopierpapier ist es. Viel dicker jetzt aber auch nicht. Die Oberfläche ist ziemlich glatt, hat im Grunde keine Struktur. Dadurch, dass die Seiten nur einseitig bedruckt sind, kann man auch bedenkenlos Marker darin verwenden. Also Alkoholmarker, ohne dass man sich das Motiv auf der nächsten Seite durch Durchbluten ruiniert. Vorausgesetzt natürlich, dass man etwas zwischen die Seiten legt. Ich kann es allerdings nur bedingt empfehlen, Alkoholmarker zu verwenden. Denn wenn man kleinere Bereiche ausmalt und verblendet, wie hier die Haare, dann funktioniert das zwar ganz gut. Aber bei größeren Bereichen wird die Farbe sehr ungleichmäßig. Und man merkt auch richtig beim Malen, dass das Papier eigentlich zu schnell viel zu viel Farbe aufnimmt. Und auch viel zu schnell trocknen lässt und dadurch wird es eben fleckig. Die letzte Seite in dem Buch habe ich zur Testseite erklärt. Und ich habe mal mit allem möglichen drauf gemalt über Aquarellfarbe, Gouache, Acrylmarker, Pit Artist Pens, die Brush Pens von Ecoline und auch Aquarellstiften. Habe ich mal alles querbeet probiert. Ja, was soll ich sagen? Ähm, es ist halt definitiv kein Aquarellpapier und nicht dafür gedacht, dass man mit Aquarell oder Gouache drin malt. Aber wenn man unbedingt will, geht es irgendwie. Mixed Media zu arbeiten wäre sicher eine gute Idee in diesem Fall. Aber wird es zu nass, wie in diesem Fall, wenn man, habe ich ja nochmal über den Brush Pen von Ecoline gemalt, um zu gucken, ob sich die Farbe auch wieder anlöst. Da ist es zu nass geworden und das Papier ist im Grunde kaputt gegangen. Man hat es auf der anderen Seite durchgesehen, aber alles andere hat man nicht durchgesehen. Das Anlösen der Aquarellstifte ging auch einigermaßen. Es ist halt nicht gleichmäßig einfach. Was aber wunderbar funktioniert, was auch schlimm wäre, wenn es nicht so wäre, sind Buntstifte. Man kann zwar schon ziemlich schnell die Grenzen des Papiers erreichen, was das Schichten angeht. Ich finde aber, wenn man aufpasst, kann man trotzdem einige Schichten aufbauen und schöne Farbverläufe erzeugen. Wenn man eine Weile an einem Motiv sitzt, gewöhnt man sich auch recht schnell an das Verhalten des Papiers und lernt damit umzugehen. Ich zumindest. Zum Beispiel diese Seite hier, die habe ich komplett mit Art X Buntstiften ausgemalt. Das sind recht wachsige Buntstifte wie die Prismacolor. Um die dreht sich auch mein letztes Video. Das könnt ihr euch ja bei der Gelegenheit mal ansehen nach diesem Video. Das Papier hatte mir den Stiften gut funktioniert für mich. Einzig der Himmel und der Brunnen sind nicht ganz so schön geworden. Das lag jetzt aber nicht an den Stiften, sondern einfach an meinen Experimenten, die ich da gemacht habe. Aber eben für sowas nutze ich auch Ausmalbücher seit kurzem sehr gerne. Einfach Material und Farben ausprobieren. Auch abschalten und einfach drauf losmalen und keine Angst davor haben, etwas zu versauen. Eigentlich ähnlich wie in Skizzenbüchern, nur mit dem Unterschied, dass es in den Ausmalbüchern einfach nur um die Farbe geht. Wie gesagt, in Ausmalbüchern malen ist für mich etwas, um den Kopf abzuschalten. Wenn ich Zeichnen übe oder an einer Skizze für eine Illustration sitze, bin ich nicht sehr frei im Kopf. Ich muss mich konzentrieren auf Proportion, Komposition und was weiß ich noch alles achten. An manchen Tagen kann ich sowas einfach nicht. Tage, an denen die Arbeit sehr anstrengend war, da ist mein Kopf abends voll oder überanstrengend. Manchmal ruft dann eher die Couch abends, wenn die Kinder im Bett sind. Aber wenn ich mehrere Tage keinen Stift in der Hand hatte, werde ich schon fast nervös. Will dann unbedingt etwas malen, kann mich aber nicht aufs Zeichnen konzentrieren. Und dann packe ich ein Malbuch aus und male einfach drauf los. Manchmal mache ich zur Entspannung auch intuitive Mal-Sessions mit Öl-Pastellen. In einem Malbuch zu malen mit Buntstiften ist aber einfach eine einfache und unkomplizierte Sache. Ohne zusätzlichen Aufwand und auch keine größeren Aufräumarbeiten oder sauber machen, wie ich ab und zu mal bei Öl-Pastellen den Fall einfach hatte. Das Buch lässt sich übrigens leider nicht flach auf den Tisch legen, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Daher ist es schwierig, schön und sauber in der Nähe der Bindung zu malen. Da ich auf der vorletzten Seite des Buchs male, habe ich es bei meinen Versuchen ordentlich an den Rand zu kommen, sogar versehentlich etwas kaputt gemacht und die Klebung auseinandergerissen. Bei einem anderen Motiv hier bin ich zum Beispiel überhaupt nicht richtig dran gekommen, ist die Stelle weiß geblieben. Ich hatte die ganze Zeit ganz schön Respekt vor den Seiten mit so winzig kleinen Details, wie zum Beispiel hier mit den Trauben oder den Erdbeeren. Aber jetzt, wo ich die gemalt habe, finde ich es gar nicht so schlimm, denn hier hat man ja selber im Grunde die Entscheidung, ob man jede Erdbeere einzeln malt oder jede Traube. Das habe ich auch bei den Erdbeeren zum Beispiel gemacht, aber bei den Trauben bin ich nach, keine Ahnung, vier Trauben dazu übergegangen, die einfach als Gruppe auszumalen. Von daher ist das gar nicht so schlimm, dass manche Seiten detaillierter sind und erst mal so nach viel Arbeit aussehen. Man kann sich ja selber dazu entscheiden, wie viel Arbeit man reinstecken möchte. Das ist ja das Gute an so einem Ausmalbuch. Da schreibt einem keiner was vor, das ist wie in einem Skizzenbuch. Und das Gute an diesem Malbuch finde ich auch, dass es so richtige Szenen sind. Mit Mandalas bin ich zumindest in der Kindheit nicht so gut klar gekommen. Die haben mich immer so unter Druck gesetzt. Das farblich harmonisch und symmetrisch zu gestalten, das war dann irgendwie nicht so meins. Mit solchen Szenen komme ich tatsächlich besser zurecht. Die Seite ist fertig und während wir sie genauer anschauen, ein paar abschließende Gedanken. Ich habe tatsächlich nicht wirklich Kritik, negative Kritik für das Buch. Außer das, was ich schon erläutert habe. Das mit dem Flach hinlegen und mit dem hier an der Bindung malen. Von der Motivgestaltung her hatte ich ja zum Beispiel hier ein bisschen ein Problem damit. Ich wusste nicht, was das hier sein soll. Wenn das Scheiben von dem Käse sein sollen, ich weiß nicht, die liegen so seltsam da. So ein bisschen arg, unnatürlich. Ich habe jetzt einfach mal gesagt entschieden, dass das Scheiben von dem Käse sein sollen. Bei dem Glas hier im Korb habe ich mich dazu entschieden, daraus eingelegte Essiggurken zu machen. Die waren da vorher nicht drin. Das Glas war einfach, ich nenne es mal leer. Die habe ich da reingemalt. Für mich persönlich war das eine Herausforderung, das Motiv. Da hier gibt es eine Wiese und vor der Wiese sind Pflanzen. Also das ist quasi der Hintergrund ist was, was tendenziell grün ist und der Vordergrund ist was, was grün ist. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mutiger sein müssen und eine nicht ganz so Standardfarbwahl treffen müssen, damit es ein bisschen sich mehr voneinander abhebt. Ansonsten fand ich das Motiv nicht schlecht. Auch die anderen Motive, da habe ich nicht wirklich Kritik zu. Außer wie gesagt, das mit den Gesichtern weiß ich auch nicht, wie ich das finde. Ansonsten sind wirklich sehr schöne Motive in dem Buch. Und wie gesagt, wer gerne solche Szenen mag, vor allem viel mit Pflanzen und Kleidung und sowas viktorianisch Angehauchtes. Ich glaube Regency Era nennt es sich. Dem kann ich das Buch wirklich nur ans Herz legen. Ist wirklich nett gemacht. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt mit diesen Worten. Wünsche euch eine kreative Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.